Oft werde ich in Seminaren oder auch von deutschen Kollegen gefragt, was denn die Ausstufung ist. Daher möchte ich Ihnen in meinem heutigen Beitrag von 3 Minuten Umweltrecht kurz erklären, um was es bei der Ausstufung geht. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist David Sucheneck von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer & Partner, mit Sitz in Wien und Salzburg. Wie schon erwähnt, möchte ich mich heute mit der Ausstufung auseinandersetzen. Die Ausstufung gibt es ja in Österreich schon seit über 20 Jahren. Sie wurde jetzt nur durch die Abfallverzeichnisverordnung auf neue rechtliche Beine gestellt. Inhaltlich hat sich dadurch aber nicht viel verändert. So viel kann man schon einmal vorausschicken. Im Kern geht es bei der Ausstufung um das Thema, ob ein Abfall, der an sich als gefährlich einzustufen ist, also nach den allgemeinen Zuordnungsregeln als gefährlich einzustufen ist, als nicht gefährlich angesehen werden kann, weil er eben keine gefahrenrelevanten Eigenschaften aufweist. Ganz so einfach ist das aber nicht. Das heißt, es kann nicht jeder einfach seinen Abfall ausstufen. Dafür ist in Österreich ein eigenes Verfahren vorgesehen. Das Verfahren wird geführt beim BMK, also bei der zuständigen Ministerin und wird eingeleitet durch die Anzeige eines Abfallbesitzers, der nun ein Formular einreicht und einen Beurteilungsnachweis, also eine fachliche Grundlage, wo dargelegt ist, dass der Abfall eben keine gefahrenrelevanten Eigenschaften oder nur bestimmte aufweist. Innerhalb dieser Ausstufungsverfahren unterscheiden wir sechs Kategorien. Einerseits haben wir einmal die allgemeine Ausstufung und die Ausstufung zur Deponierung. Innerhalb der Gruppe der allgemeinen Ausstufung und der Ausstufung zur Deponierung haben wir wieder drei Unterkategorien. Einmal die Einzelschargenausstufung, dann als zweite Kategorie die Prozessausstufungen, wobei man hier noch unterscheiden kann, die Ausstufung von wiederkehrend anfallenden Abfällen und von Abfallströmen. Der wesentliche Unterschied ist nun zwischen der allgemeinen Ausstufung und der Ausstufung zur Deponierung, dass man bei der Deponierung nur bestimmte gefahrenrelevante Eigenschaften prüft. Also das heißt, man muss hier nur nachweisen, dass bestimmte gefahrenrelevante Eigenschaften nicht zutreffen, nur die, die eben relevant wären bei der Deponierung. Bei der allgemeinen Ausstufung muss ich hingegen nachweisen, dass alle gefahrenrelevanten Eigenschaften nicht vorliegen. Und der zweite wesentliche Unterschied ist, dass die allgemeine Ausstufung bereits nach sechs Wochen entschieden sein muss. Das heißt, die Behörde hat nach sechs Wochen die Zustimmung zu erteilen zur Ausstufung oder wenn sie das nicht tut, gilt der Abfall als ausgestuft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017